GRI und Raute X 27 Semikolonis Anatomy Abschied von Sarah, Jeße fällt und Raute X 27 Semikolonis schwer. Vor wenigen Wochen mussten die GRI-Sanatomy-Anhänger eine wahre Hiobsbotschaft verkraften, das GRI-Islan Memorial Hospital wird schon bald auf Arizona Robbins und April Kettner verzichten müssen Sowohl Jesse H. Kapsa, 41, als auch Sarah Drew, 37, werden der Erfolgsproduktion den Rücken kehren. Der Abschied fällt aber nicht nur den Zuschauern schwer. Mit einem süßen Schnappschuss von sich und seiner Serienfrau macht Jackson-Darsteller Jeße Williams, 36, klar, er vermisst schon jetzt. Auf seinem Instagram-Profil teilte der 36-Jährige nun ein Foto, das ihn und die rothaarige Bauti lachend am Set zeigt. Viele Wörter, um auszudrücken, wie sehr ihm während der Dreharbeiten in den vergangenen neun Jahren ans Herz gewachsen ist, braucht der Serien-Hotie übrigens nicht, lediglich der kurze Satz Bitte geh nicht kommentiert das goldige Bic. Das die Krim mit der 15. Staffel gleich zwei Hauptcharaktere verliert, überraschte aber nicht nur, sondern auch Hauptdarstellerin Ellen Pompeo, 48. In einem Interview erklärte sie zuletzt, beim Lesen der Skripte zunächst gar nicht wirklich verstanden zu haben, was der Doppel-Exit ihrer Kolleginnen bedeute, meine erste Reaktion war, was? Was meint ihr? Warum? Gab sie offen zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017